Yes sir, ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Baschkix am Start. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Um was es hier geht, hier geht es überwiegend um Unboxing-Videos von Limited Exclusive Sneakern aus meiner privaten Sammlung. Also ich würde sagen, genug geredet, kommen wir zu meiner neuen Errungenschaft. Let's go! Also, seid ihr bereit für die Errungenschaft 2020? Trommelwirbel! Tada! Allerspätestens jetzt müsste dem ein oder anderen geläufig sein, was sich hier in diesem Karton verbirgt. Der ein oder andere weiß Bescheid. Kommen wir zum Showdown. Und zwar ist hier drin der... Uff! Travis SB! Boah, sorry, ich war gerade ein bisschen geflasht, weil der echt unnormal aussieht. Krass, krasses Ding. Wie immer ein richtig, richtig krasses Ding. Boah! Was ist das für ein Machtschuh? Es ist ja mittlerweile so, was der gute Travis anfasst, wird ja irgendwie automatisch zu Gold. Und wenn ich diesen Schuh so in der Hand habe, ist das echt kein Wunder. Bevor es wie immer zum Schuh geht, erzähle ich euch nochmal eine ganz kurze Geschichte. Ich wusste ja, dass dieser Schuh rauskommt. So, ich habe auch Bilder gesehen und dachte mir, boah, krasser Skateschuh. Ich persönlich bin nicht so der Skater, finde den Schuh aber doch echt nice. Also, da streite ich nicht ab. Krasse Details hat der Schuh, keine Frage. War jetzt aber noch nicht so, dass ich gesagt habe, ich brauche den Schuh unbedingt. Ich war halt nicht so hinterher. Ich hatte den auf dem Schirm. Ich habe dann auch das Release-Datum irgendwie voll verpennt. Und dann checke ich so die Social-Media-Kanäle. Und dann sehe ich, Alter, verdammt, der Schuh ist schon draußen. Okay, der ging an dir vorbei. So, nach zwei, drei Tagen wurde ich halt zugebombt von etlichen Freunden. Digga, hast du den Schuh? Hast du den besorgt? Ich sage, nein, ich habe den noch nicht. Und quasi wurde der Schuh mir dann so in die Wiege gelegt. Und einer meiner Sneaker-Plugs, der hat dann nach einer Woche mir erzählt, er hätte noch eine US-12 für mich. Was ist denn? Und ich war so gerade am Autofahren. Ich habe dann später gesagt, ja, Digga, kann ich mich später nochmal melden? Und dann am Abend habe ich mir den Schuh erstmal nochmal so genau angeguckt. Und ja, brauchst du den? Und ja, allerspätestens dann war für mich klar, keine Chance, du brauchst den Schuh safe. Du brauchst den Schuh safe. Ich habe mir coole Klamotten ausgemalt, mit was du den krass kombinieren kannst. Und habe dann am Abend meinem Kumpel geschrieben, yo, kannst du mir den besorgen? Irgendwie vorbeibringen? Der war dann noch auf einer Messe. Und der hat den dann direkt eingetütet und ist dann auf dem Weg hierher bei meinem Haus vorbeigefahren. Und hat mir den Travis vorbeigebracht. Ich muss dazu sagen, auch zu einem richtig, richtig freshen Preis. Grüße gehen raus. Und hier ist das gute Stück mit dem Bandana überzogenen Stoff. Und dann darf natürlich auch der rosafarbene Swoosh nicht fehlen, Travis Scott. Hier sind auch wieder rosafarbene Laces dabei. Die könnte man dann auch tauschen. Was ich schade finde, ist, die Laces, die hier drin sind, die sind mega. Das ist was ganz anderes und ich finde es richtig Hammer. Das sieht so aus, als hätte das meine Oma gestickt. Kommt fresh, also es passt ultra krass zum Schuh. Und das ist leider bei den Laces, das ist es leider nicht so der Fall. Das sind, denke ich mal, stinknormale Laces. Ja, das sind schwarze und so altrosa farbene Laces. Das wäre schön, wenn die auch in diesem Stoff sind, diesem Baumwollstoff. Ist es leider nicht. Also, who cares? Ansonsten ist der Schuh richtig fresh, ein SB. Und jeder weiß, dass, glaube ich, die SBs momentan auf der Überholspur sind 2020. Ich habe auch noch den Strange Love angefragt. Ich hoffe, ich bekomme den auch noch. Denn hätte ich jetzt schon zwei SBs. Ich bin normalerweise so, also ich sag's ehrlich, also ich bin der Yeezy-Freund. Ihr wisst Bescheid. Der V2 Don. Nike Off-Whites gehen auch immer. Freue ich mich, dass ich den SB dann doch noch zu guten Konditionen bekommen habe. Und, dass der in meinem Besitz ist. Also, Freunde. Der Dunk Low ist jetzt auch in meinem Besitz. God bless. Ich freue mich. Und werde wie immer ein Instagram-Foto schießen. Also, nicht vergessen. Baschkicks abchecken. Lasst ein Like bitte da. Lasst ein Like auf Instagram da. Abonniert, wenn ihr möchtet, beide Kanäle. Wie ich euch schon gesagt habe, wird dann in nächster Zeit noch der ein oder andere Sneaker kommen. Hier ins Haus flattern, den ich euch dann mit voller Leidenschaft wieder präsentieren werde. Ich würde sagen, das war's mit dem SB Nike Dunk Low von Travis Scott. Checkt doch auf jeden Fall mal das vorherige Video ab mit dem Adidas Yeezy Boost Quantum Basketball. Für alle diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Stay tuned. Bleibt wie immer auf dem Flieg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst einen Comment nicht da zu lassen. Und bis dann. Haut da rein. Peace. 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 Peace.